Abwart Jungs Zeit Zeit für die neue Leafy Company Erfahrung Jungs Event outside the box, was heißt das, Alex? Ich weiß es nicht Hi, oh lal, wie cool Also Jungs, draußen ist die Jack on the box Ach, ein Jester? Ach du Kacke Ja, draußen, draußen ist ein Jester Was das? Heißt das eine Mine? Wollen wir rausziehen? Jungs, wo seid ihr? Hä, ich weiß es nicht Was ist das? Nicht rein kriegen? Oh boy Richtig rein Oh, Teleporter, Teleporter Daniel? Daniel? Ich glaube das ist ein random, das ist ein random Teleporter Alles klar Jungs, let's go nochmal Spielt den selben Song nochmal Hallo? Hallo? Jungs 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 Jungs, Hilfe! Das ist ein Wunder Jungs, hab ich mich erschrocken Da fährt ein Staub sogar rum und haben in der Mine durch die Gegend Was? Ich muss einfach nur die Möglichkeit Wait, switch to enemies Unsere Lootbox haben auch einfach Loot einfach Oh, jetzt weint der, jetzt weint der bei mir Ja, bei mir ist ein chill Ach ne, es gibt zwei Oh, jetzt Was? Was? Lol Okay Ich glaub das ist, ne das ist dein, ey Dein ist tot Digga, warum fahrt die dich? Der Setzer kommt doch gleich Au, Bände, Bruder von der Spieler die nächsten Die anderen beiden sind tot Lass doch abkommen Tschüss du loser Digga, wir haben fast nichts bekommen, ne? Ey, vielleicht finden wir jetzt wieder eine Rumbling Du hast dich schlechter Rumbling Ähm, ich würd mal behaupten, dass es auch Oh mein Gott Der kommt Titan angelehnt Rumbling Ja, da kommt gerade ein Titan, glaub ich Ein bisschen Oh, da kommen drei 5, das sind 10 Aber hoch kommen die halt nicht, ne? Ich glaub, ich weiß, welche Mod wir entfernen müssen Das ist ein bisschen sehr bodenlos, Simon Ist doch lustig Ja klar, viel Spaß dir das Ding zu holen Ja okay, das war's denn, das ist ein Ding Ja, schade, schade Jungs Keine Taschenlampe heute für uns Hier ist Freddy, ö ö ö ö ö Jungs, ich DP mich wieder Tschüss Ah, da werde ich hier laufen, hier laufen Freddy kommt, Freddy kommt, Freddy kommt Das ist ein sicherer Tod, den wir gewählt haben, nur das Ich find sich da gar nichts lustig Fire exit anyone? Komm, abfahrt Abfahrt Hat einer von uns überhaupt gelandet? Oh Alex, guck mal was hier unten ist Hä, was? Wo? Oh nein Willkommen Ciao Leute Guys Ach leck mich, ich hasse dieses Spiel Hallo Note Hey Alex Bist wir da? Also hier ist Miene Alex, Alex, eh Alex hier fährt auf eine Mine auf mich zu und hier ist eine Ich würde ein gesperrt und hier sind zwei Turrets ohne Mine Du musst dich irgendwie saven Wieso muss ich das saven? Okay, Bro, ich stehe jetzt auf dem einen Turret Und hier fährt eine Mine rum Und hier gibt es keinen Ausweg Außer die gelockte Tür Dann such einen Oh mein Gott, du bist es Lebst du noch? Ja Okay, ich glaube an dich Ich nicht Oh, ich glaube Alex ist tot Alex? Oh nein Das kann nicht wahr sein Wo kommt die jetzt her? Wo zur Hölle kommst du her? Also meine einzige Hoffnung ist jetzt einfach Zu hoffen, dass irgendjemand Hier vorbeikommt Das heißt, wir playen jetzt das Waiting Game Ich hoffe einfach, dass es Leben noch andere Ja, dann mach ich es mit euch auch leiser Ach nein Die Spinne hat Alex gemimmigt Was soll das? Nein Mach ich euch jetzt auch leiser Oh, ja okay Ich werde die Spinne mitnehmen Wie geplatzt ist Mach, wir sind alle tot Ja, ja Ich wurde gefrägt die Farce Welt Auf einmal war still Ich war legit vor deiner Tür Und dann wurde ich gefrägt die Farce Welt Oh, shit Ab dafür, wir haben eh nichts Ich glaube, es sieht nicht so aus Als würden hier Minen sein Jungs, ich gehe als erstes Vielleicht im Company Building Alter, hab ich mich erschrocken Wer war das? Das ist in Wiener In uns drin gespawnt Das war in der dritten Miener Ach du, könnte Rennt Oh nein, da ist ein Oh Gott, geht einfach rein Ach, der Meint ihr das eine Mine vor der Tür? Oh, jung Oh, jung Okay, Alex Alex, Alex, Alex Vor der Tür steht zwei Miener Links und rechts Okay, okay Ach, zwei Digga Das ist doch geil Wer ist... Warum bist du auf ne Mine? Irgendetroblem Was? Ist eine Untermedie, sind wir was? Was ist denn? Stopp Was ist denn da gerade hier? Digga Okay, letzter Tag, Jungs, letzter Tag Wir müssen einfach noch durchziehen Okay, einfach noch durchziehen Minescapes terror Digga, das hört sich schon wieder nach Minesweeper an Oh fuck Ehh Genere ne Trif's hand Ehh, aber den sieht man diesmal nicht Krass Hä, aber Minescape terror ist gar nicht so bad an Mine 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 Mines Oh mein Gott! Ah, okay, Digga. Ah, Jungs, meins super, alles klar. Warte, Digga, schreien hier in die Tür? Ja. Oh, hier ist der Fakbot. Na, habt ihr für einen Fire Exit, ne? Die Brutal Company Mods. Warte, 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 warte. Ich guck erst. Daniel, hier ist eine Mine direkt vor der... Boah, werd ihr gefollt? Der Fire Exit hat ein bisschen gescheffert, ne? Also Jungs, ich quitt schon mal und mach die Mod raus. Fire Exit. Nicht hier ist ein Zuck oder was? Nein hier, hier hin. haben wir mix rein alex hast du mix rein ja ich sehe nämlich 22 fire exits also du alex du kannst gerne den erst rein wenn du willst okay ich weiß nicht hier ist noch einer der ist echt jungs ich probiere es okay ich glaube das ist nicht der jungs dahinten muss echt sein kommen denn wir gehen zu dem anderen jungs war schön euch gekannt zu haben wie gut wie gut wie gut wie gut egal wisst ihr zu weit wo der feierhexe dass ich werde zwar nicht mehr hinfinden aber wir wissen welcher ist es ist nicht der am jump und dann ist es der dahinter ich hab mal vor du bist auf march ist die wahrscheinlichkeit dann höher oder niedriger ob ihnen das alles hören so höher oder niedriger ja dass er verhexelt richtig ist wieso sollte das einen unterschied machen ja mal der march gibt drei exits moment ich glaube da wird gekallt ich ja wieso verfolgen die mich so lang okay ne hier ist nur der wichs mine nach mann ach mann du hast sie gedodget ich würde eigentlich gern weiter sie kommt gleich wieder zum eingang gefahren sie geht weg ganz herkommen doch nicht doch nicht doch nicht doch nicht habe ich hoch koppi hoch koppi hoch Alles ist eclipsed, Flooded oder Stormy? Ja, Flooded hört sich doch am besten an. Sicher? Ja, willst du eclipsed oder Flooddy oder Stormy? Also Flooded hört sich doch am besten an, legit. Aber Flooded ist ja based on time, ne? Ich kenn die Zeitlimit von Flooded nicht. Was ist denn Flooded? Und was ist das Eclipsed Base? Du bist direkt tot, wo du landest. Digga, seht ihr das? Hey, tschüss Jungs. Kann ich mitkommen? Ach, Digga. Ey, dann ist Fire Exit, Alex. Alex? Hallo? Hi. Digga, ich... Ich... Ich wurde... Ich wurde zu Fire Exit tippet, wo ich gesagt habe. Ja, Digga, wurde los. Und dann wollte ich zurückgehen, aber muss wieder drauf steppen. Und dann wollte ich wieder tippet. Hier ist noch ein Teleporter. Nein, bitte nicht. Ja, weg tippen. Ja, weg tippen können wir. Nimm dir mal ein Icons mit. Ja, ja. Da warte, warte, da liegt noch was, da liegt noch was. Warte, warte auf mich, warte auf mich, ich will auch tippen. Können wir zusammen? 3, 2, 1... Hey, es hat funktioniert. Ja, ey, wo ist das? Hi. Hier ist der Ausgang. Hör, hör, hör. Ich hab' die mal halt wieder. Ach. Äh, da hab' ich direkt angeguckt. Geil. Guck mal, wir haben den Funko Pop. Was? Halt die Fresse, wie cool. Ja! Der sieht ja aus wie ich. Das ist ne Rile Banyo Funko Pop, wie cool. Halt die Fresse. Böh, fährt er als Female. Das ist der Rile Banyola. Okay, gehen wir nochmal rein. Schafft ihr das zeitlich überhaupt? Wie viel haben wir dann? also es ist zwei uhr dicker ist es nix flattet wo siehst du hier flattet junge nein nein wir sind nicht im wasser nein wir bin hier alles nicht was nein keiner sieht wasser außer du bist ein bisschen die lulu er ist ein bisschen doof ich gehe ins wasser und wenn ich ertrinken du opfer überhaupt ihr wasser daniel ist schon los ja okay ein paar probleme jungs jungs ist einfach die lulu ihr seid ihr lulu ich ertränke mich jetzt nein du bist die lulu du stellst du stellst es dir doch vor dass du ertrinkst guys ist das freddy fast hier ist ein kürbis ein riesiger kürbis ja ist normal warte mal bleib mal stehen bleibt mal irgendwer stehen so kann man sich schubsen junge nein halt die fresse ich werde ich werde so jemanden von euch einfach wegschubsen jetzt hätten wir hoffen einfach einfach nicht nur messier verreckt daniel dann hat so viel gepieke macht auch hier komme ich ja okay let's go dachte gab das bräuchte ist mal bei daniel okay let's go hallo hier wie auch digga war ich schon mal ja ich möchte hallo jungs ach man auch gott bless hier habe ich auch wenn ich das geschafft habe junge keiner weiß es gehen wir beide das schiff soll ich wenn ich wenn ich bin wenn ich ready gesagt ready 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 hatte ich sag ich hab den einsch ich hab's irgendwie verkackt mit dem reinhüpfen ich hasse ihn ich hasse ihn Alex das copyright das kann ich nicht reinschneiden abfahrt ey ach nein ach nein oh Gott Freddy wieviel glück kann man haben dass Freddy den direkt rein dort man Puh wer von uns lebt hier noch wer ist das vor mir ich bin tschüss du Lose nein nein der hat danny mitgenommen ich lebe doch auch noch videos der ist da gespawnt ne der ist aus der Wend gespawnt und danny danny wurde von der spinne mitgenommen ok gehen wir Fire Exit da läuft was oder Alter ich dachte gar kurz du haust mich Junge was ist das für saut oh ähm es geht gute Teilhammer ich dachte das ist nur Spaß hört ihr mich zu Stormy nein es ist Stormy wir dürfen immer gucken mit Items ja aber irgendwie regnet es ja nicht da ist keine Items von der Tür Jungs hört ihr das Jungs hat es bei euch geregnet ja hat es bei euch gestürmt ja bei mir nicht ok dann bist du immun dann bist du vielleicht immun hört ihr diese Musik ja hör ich denke woher kommt das woher kommt denn das Alex ich hab Max mit ach nein deswegen das Sound Jungs oh Gott ich 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 gehe jetzt auch damit weil ich bin die moon grija ich ohne lähe und ich habe in her What the fuck, bin ich sehnt? Ich hoffe, dass ich jetzt mal überlebe. Ja, das bin ich sehnt, Junge. Ich bin nur gestorben wegen deinem dämlichen Blitz. Da war keiner. Ich liebe diese Katze. Dandy, du bist die Lulu, da war kein Blitz. Alex, du bist auch die Lulu gewesen. Halt die Fresse. Ich hab's auf Aufnahme, da war keiner. Betten das, Freddy Fazbear? Ne, Big Raum ist hier. Oh, Bolt da drüben. Freddy Fazbear! Benne, Freddy Fazbear. Ne, ne. Doch. Nein. Ich bin diesmal nicht die Lulu. Jo. Nehmt's. Ähm. Also, Kurzfassung. Benne wurde vor meinen Augen gefredigt, Freddy Fazbear. Ich hör den Schrei, ich steh im Flach. Ich dachte, ne. Einmal dealing mit der Chef, bin weg. Ich fülle die Items, wir zählen für acht Tragödien. Ach, Mann. Ach, Mann. Warum hab ich gegessen? Was zur Hölle macht Daniel da? Das ist unfassbar. Nein, nein, nein. Wir werden alle sterben. Nein, Danny. Das liegt doch nicht so gut. Warte, warte, Autopilot. Er soll hochklettern. Oh, jetzt. Er ist es, er ist es, er ist es. Jetzt fliegt der Pilot weg. Oh, Gott, im Himmel. Er hat Max nur geschehen. Der Dorm auserst wirklich. Junge, du chillst mit Maxwell auf voller Lautstärke. Geh dich leise. Ich hab... Schacke, Katze oder keine Katze. Mach den Wichser aus. Geh dich rein, dröhnen wir rein. Sing doch einfach mal ne Gutsch. Das war so ne Scheiße. Gut, gut, gut. Ich sing's einfach. Oder du singst es jetzt Alex und dann schneid ich's rüber. Hey, Bro. Body of Alex. Darauf habe ich leider keine Antwort.